Ja moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny Video hier auf meinem Kanal und heute werde ich euch zeigen, wie ihr am schnellsten Fraktionstoken erhalten könnt. Hier in meinem Inventar sehen wir schon, ich habe genau 1000 Stück gerade, 999 kann man maximal stacken und wie wir das Ganze erreichen, das zeige ich euch jetzt und im Anschluss werde ich mit euch gemeinsam diese 1000 Tokens öffnen. Als allererstes müssen wir zum Orbit, wir wollen nach Titan reisen und es geht zu diesem verlorenen Sektor, der hier. Wenn ihr den jetzt seht, da ist ein verlorener Sektor, da wollen wir hin, deswegen starten wir und reisen zum Rig. So, am Rig angekommen, befinden wir uns jetzt hier am Spawn, wir begeben uns nach links in diese Richtung und ignorieren einfach mal gekonnt dieses Ereignis, das interessiert uns nämlich jetzt gerade nicht. So, wenn wir jetzt hier lang springen, wir können auch eigentlich direkt hier runter, das geht auch hier am gelben Rohr, da ist der Weg für den verlorenen Sektor und wenn wir hier angekommen sind, sehen wir bereits hier an der linken Seite das Zeichen für den verlorenen Sektor und ab hier beginnt der ganze Spaß. Unten befindet sich die Schar und diese haben Nester, wenn ihr ein Nest davon sprengt, dann erhaltet ihr ein Token, das heißt hier werden wir jedes Mal beginnen mit dem Run, wir rennen also direkt hier runter, ihr seht schon, ich habe jetzt bereits den Sonnenschuss ausgewählt, denn damit können wir die Nester mit zwei Schüssen platt machen. So, ich zeige euch jetzt allererstes nur die Hotspots, das heißt, ich zeige euch jetzt nicht generell die ganzen Runs, da ist einer halt, da ist ein Nest, da auf der rechten Seite ist ein Nest. Hier befindet sich immer ein Nest und da ist auch noch ein Nest, wichtig ist, dass ihr das Barrel hier später abschießt, damit könnt ihr es ein bisschen leichter schaffen, da befindet sich ein Nest, ich laufe jetzt extra hier eine sichere Route, wo ich nicht so leicht abgeschossen werden kann von den Gegnern und wie gesagt, da war der erste, den wir angeguckt haben. Das sind die ganzen Nester, jetzt werden wir absichtlich sterben, wichtig ist auf dieser hohen Position, denn nur auf dieser hohen Position werden wir auch wieder im Treppenhaus landen. Solltet ihr nicht im Treppenhaus landen, dann lauft einfach zurück zum Treppenhaus und dann wird sich das Ganze resetten und ihr könnt einen neuen Versuch starten. Dann springen wir hier einfach runter mit einer hübschen Pirouette, einfach nur wegen den Style Points und jetzt zeige ich euch meinen Run, den ich immer gemacht habe. Als allererstes springe ich hier rauf, gucke nach rechts und sehe da schon ein Nest, sehe dann hier ein Nest, so, sehe dann direkt das Nest da vorne, hier an der Seite, wenn hier ein Nest ist, benutzt einfach diesen Barrel, dann könnt ihr einfach diesen Barrel benutzen, für das Nest da hinten und diesen und dann sterbt ihr einfach und dann beginnt das Ganze von vorne. Innerhalb einer Stunde könnt ihr so 300 bis 400 Tokens sammeln, das ist für jede Fraktion möglich und wie ihr seht, ich bin jetzt nicht im Treppenhaus gelandet, ich laufe jetzt einfach zurück. Ja, ein bisschen Failen ist immer dabei und sobald ihr hier steht und da unten erscheint das Rig, dann habt ihr alles resetet. So, wir werden jetzt gemeinsam einmal zur Erde reisen und meine ganzen Tokens ausgeben. Bin gespannt, was da drin sein wird. Ich hoffe, ein paar exotische Sachen sind dabei. So, wir befinden uns jetzt hier beim Totenorbit und wir werden jetzt dem jungen Mann die ganzen Tokens in den Ars schieben, damit er uns dann aus seinem Mund ein paar Items ausspuckt. Bin gespannt, was bei rauskommt. Ein Helm und der Gräber. Ich versuche irgendwas exotisches zu bekommen. Das ist doch fast dasselbe. Straßenplaner A, den bekomme ich doch sonst immer überall. Düsteres Versprechen. Kenne ich auch schon. Tarantel. Kenne ich doch nicht immerhin. Naja, immerhin bekomme ich ein paar Shader. Die Frage ist natürlich immer, lohnt sich das Ganze so viel Zeit zu opfern, um ein paar billige Items zu bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da halt ein exotisches drin sein könnte, würde mich schon erfreuen. So, gucken wir mal kurz nach. Ich habe jetzt gerade erstmal alles in mein Inventar gepackt, was ich nicht brauche. Düsteres Versprechen. Scavelock. Okay. Ja, gucken wir erstmal weiter. Düsteres Versprechen scheint sehr oft da zu sein. Anti-Verlichtungspanzerweste. Uh. So, gucken wir mal. Was haben wir da bekommen? Wie sieht das aus? Ah, das ist doch vom, äh, vom dunklen Orbit. Vom toten Orbit, sorry. Vom toten Orbit. Genauso wie die Handschuhe hier, ne? Ja. Aber ich habe nicht den richtigen Helm bekommen. Straßenplan kann eigentlich weg. Genauso wie fahrender Ritter. Die Handschuhe haben wir eh doppelt. Fahrender Ritter, kriegt man so oft. Den Umhang habe ich von ihm schon bekommen. Da brauche ich jetzt nichts Großartiges von. Ich habe ein paar Waffen und Ende. Schwerkraftzwille. Blauverschiebung. Vergrößerte Munitionsreserven. Schnelles Nachladen, wenn man sich duckt. Lange Reichweite, langsames Feuer und hoher Schaden. Oh. Explosionsradius ist nicht schlecht. Den werde ich mal im Bogen behalten. Und die Schwerkraftzwille auch. So. Eine habe ich noch, ne? Ja, perfekt. Und hier werden wir erstmal düsteres Versprechen verkaufen, bis wir nur noch einen haben. Drei Gräber. Lange Reichweite, langsames Feuer und hoher Schaden. Oh. Verbessert Stabilität sowie Präzision. Oh, werde ich mal behalten. Und weiter geht's. Fast 300 haben wir schon geöffnet. Meine ganzen Bemühungen quasi fast schon umsonst. Weil bisher habe ich nichts Großartiges bekommen. Harthorns Feldgeschmiedete Schrotflinte. Ja. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Stellar incognita. Umhang. Das ist aber genau der, den ich schon kenne, ne? Das ist bestimmt der, den ich schon kenne, ja. Ja gut. Fehlt nur noch der Helm und die Schuhe, ne? Dann hätten wir das Set komplett. Ich weiß ja immer, wie schwer das ist, das zusammenzukriegen. Gute Knochenstruktur. Was ist denn das? Eine Schrotflinte. Feuert eine einzelne Kugel ab. Das ist crazy. Gut. Behalte dich mal. Ja. Anti-Verdichtungsmaske. Da haben wir sie. Die stylische. Ja. Die will jetzt mein Sekundär. Sehr schön. Weiter geht's. Fehlen nur noch die Boots. Gib mir die Boots. Erschütternder Frieden. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? So, gucken wir mal. Ich muss mal hier ein paar Waffen verkaufen. Düsteres Versprechen ist sehr, sehr oft dabei. Ich werde das jetzt einmal komplett wegnehmen. Das, äh. Das sieht man schon. So selten kann es ja nicht sein. Also kann es ja auch nicht so gut sein. Wobei, das schnelle Landen von Präzisionstreffern stellt ein Geschoss im Magazin wieder aus den Reserven. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss man das sagen, ne? Joa, das kann weg. Haben wir ja schon. Dieser Oman kann weg. Hauptsache ich verkaufe meine anderen Primärsachen nicht. Das wäre ein bisschen schockierend. So, Hälfte haben wir fast ausgegeben. Düsteres Versprechen. Was auch sonst. Schwerkraftzwille kennen wir auch schon. Toter Orbit. Wow. Ich kriege fünf Shader insgesamt. Ah, gut. Jetzt kriegen wir nur noch Shader. Äh, ich glaube man kann maximal 30 Stück öffnen. Dann kriegt man nur noch Shader. Aber, da kann auch immer noch etwas Exotisches dabei sein, oder? Ansonsten habe ich ganz viel Shader. Und, ich habe den Toten Orbit ganz schön nach vorne gebracht. Man braucht 20 Stück, um ein Item zu bekommen. Das heißt, rein theoretisch, bräuchte man um die, äh, 600 bis man den Cap erreicht hat, oder? Ja, cool. Äh, ich habe auf jeden Fall jetzt ganz viele Shader. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich in Destiny weiter rumlaufe, und, äh, wieder ein paar Secrets finde. Naja. Toll. Wiii. Ich habe da wenigstens was Exotisches erhofft. Ganz ehrlich. Zumindest was Exotisches erhofft. Aber, ich habe die Truppe vorangebracht, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Zero. Oh, tschüss.